Streckgrenzen-Effekt Im Folgenden betrachten wir ein für kohlenstoffarme Stähle, sowie für Kupfer- und Aluminiumlegierungen, typisches Werkstoffverhalten im Zugversuch. Am Beispiel einer Flachzugprobe erläutern wir kurz die verschiedenen Bereiche im aufgezeichneten Spannungs-Dehnungs-Diagramm. Wird die Flachzugprobe nun im Zugversuch belastet, dann dehnt sie sich zunächst rein elastisch. Dieser Bereich der elastischen Verformung wird als Hookshare-Bereich bezeichnet. Wird die Zugprobe über den Hookschen-Bereich hinausgedehnt, so verformt sich die Probe bleibend. Das Einsetzen dieser plastischen Verformung ist bei manchen Werkstoffen im Spannungs-Dehnungs-Diagramm durch einen kurzen Spannungsabfall gekennzeichnet, an den sich ein kleiner Bereich mit nahezu gleichbleibender Spannung anschließt. Anschließend muss die Spannung für eine weitere Verformung wieder erhöht werden. Die Probe schnürt am Höchstpunkt der Kurve ein, was eine geringere Spannung für eine weitere Dehnung erforderlich macht. Schließlich ist die Probe irgendwann so stark eingeschnürt, dass sie bricht. Besonders kurios erscheint im vorliegenden Spannungs-Dehnungs-Diagramm das Verhalten bei Einsätzen der plastischen Verformung zu sein. Dabei dehnt sich die Probe praktisch ohne, dass hierfür eine merkliche Erhöhung der Spannung erforderlich wäre. Ein solches kurios erscheinende Werkstoffverhalten wird auch als Streckgrenzen-Effekt bezeichnet. Die Grenzspannung bei Einsätzen der plastischen Verformung wird Streckgrenze genannt. Ursache für den Streckgrenzen-Effekt liegt in der Wechselwirkung zwischen Fremdatom-Ansammlungen und Versetzungen begründet. Durch die eingezogenen Halbebenen der Versetzungen entstehen im Bereich der Versetzungslinie aufgeweitete Zonen, auch als Dilatationszonen bezeichnet. In diesen Zonen lagern sich bevorzugt Fremdatome ab, deren Ansammlungen auch als Kortrellwolken bezeichnet werden. Diese Fremdatome verhindern zunächst durch ihre elektrostatischen Kräfte, dass sich die Versetzungen bewegen können. Dies wird auch als Pinnen von Versetzungen bezeichnet. Erst ab einer bestimmten Spannung können sich die Versetzungen von den Fremdatomen losreißen und der plastische Verformungsprozess setzt plötzlich ein. Haben sich die Versetzungen schließlich losgelöst, so müssen diese unter verringertem Kraftaufwand praktisch nur noch am Laufen gehalten werden. Dies geht mit einem verringerten Krafteinsatz einher und die Spannung fällt kurzzeitig ab. Erst wenn die Versetzungen auf weitere Hindernisse auflaufen werden diese erneut festgepinnt. Dies erklärt den kurzzeitigen Abfall und den weiteren zickzackförmigen Verlauf der Spannungsdehnungskurve innerhalb eines kleinen Dehnungsbereichs. Erst wenn die Versetzungen durch das Material gewandert sind und nicht mehr von Kotrellwolken gepinnt werden, muss aufgrund der einsetzenden Kaltverfestigung die Spannung wieder erhöht werden, um eine weitere Dehnung zu erzielen. Der Bereich zwischen Einsätzen der plastischen Verformung und der Kaltverfestigung wird auch als Lüdersdehnung bezeichnet. Die im Bereich der Lüdersdehnung austretenden Versetzungen an der Oberfläche des Materials führen zu sogenannten Gleitstufen. Da sich an diesen mikroskopischen Verwerfungen das Reflexionsverhalten ändert, kann man diese Gleitstufen als mattes, streifenförmiges Geflecht sehr gut auf der glänzenden Oberfläche einer Flachzugprobe erkennen. Diese auf der Oberfläche sichtbaren Fließfiguren werden auch als Lüdersbänder bezeichnet, die häufig unter einem Winkel von ca. 45 Grad zur Zugachse verlaufen, da unter diesem Winkel die Schubspannungen in den Gleitebenen maximal werden. In der Umformtechnik sind diese Fließfiguren allerdings unerwünscht, da sie eine unschöne Oberfläche hinterlassen. Die Lüdersdehnung entsteht nicht gleichmäßig bzw. gleichzeitig über die gesamte Zugprobe, sondern wandert allmählich von oben nach unten oder umgekehrt. Dies ist während des Zugversuchs an den nacheinander entstehenden Lüdersbändern zu erkennen, die erst nach und nach die gesamte Zugprobe überdecken. Die Lüdersdehnung ist folglich eine inhomogene plastische Verformung. Nachdem die Zugprobe einmal über den Bereich der Lüdersdehnung hinaus gestreckt wurde, tritt der Streckgrenzen-Effekt nach Entlastung der Probe und einem zeitnahen Wiederholen des Zugversuchs nicht mehr auf. Schließlich haben sich die Versetzungen ja bereits von den Kotrellwolken gelöst und sind somit ohnehin frei beweglich. Der elastische Verformungsbereich geht dann kontinuierlich in den plastischen Verformungsbereich über, ohne Lüdersdehnung und die damit verbundene Ausbildung von Fließfiguren. Aus diesem Grund werden Tiefziehbleche, die normalerweise einen Streckgrenzen-Effekt aufweisen würden, im Vorfeld häufig durch Walzen plastisch verformt. Somit wird die Lüdersdehnung und damit die Ausbildung von Fließfiguren beim späteren Tiefziehen verhindert. Aufgrund von Diffusionsprozessen können sich jedoch mit der Zeit wieder Fremdatom-Ansammlungen bilden, die zu Kotrellwolken führen. Dieser Prozess bezeichnet man als Alterung. In einem solchen Fall eines gealterten Werkstoffs tritt ein Streckgrenzen-Effekt dann wieder auf. Der Streckgrenzen-Effekt tritt zudem nur bei relativ niedrigen Temperaturen auf. Bei hohen Temperaturen verschwindet dieser Effekt und die Spannung steigt dann kontinuierlich mit der Dehnung an. Ursache hierfür liegt in der Diffusionsfähigkeit der Fremdatome, welche bei höheren Temperaturen stark zunimmt. Denn ist die Diffusionsgeschwindigkeit deutlich größer als die Versetzungsbewegung, dann können sich im Vorfeld erst überhaupt keine Fremdatom-Ansammlungen aufgrund der starken Teilchenbewegung bilden. Ohne diese Kotrellwolken sind die Versetzungen somit frei beweglich und es existiert kein Streckgrenzen-Effekt. Ein Sonderfall ergibt sich, wenn die Diffusionsgeschwindigkeit etwa gleich der Geschwindigkeit der Versetzungsbewegung ist. Dann müssen sich die Versetzungen zwar von den Kotrellwolken losreißen, werden aber wieder von den nachdiffundierenden Fremdatom-Ansammlungen eingefangen, bevor sie anschließend wieder von diesen losgerissen werden müssen. Dies macht sich im Spannungsdehnungsdiagramm als ansteigender zickzackförmiger Verlauf bemerkbar. Ein solches Verhalten wird auch als Porto-à-Lé-Châtelier-Effekt bezeichnet. Wir hoffen, dass Ihnen das Video gefallen hat und Sie es hilfreich fanden. Danke fürs Anschauen! Danke fürs Zuschauen! Vielen Dank! Vielen Dank.